Was geht YouTube? Ja, Ne-Royce, der Kanal ist relativ ausgestorben, das ist jetzt hier so ein kleines Infovideo. Ist relativ ausgestorben, hier gab es ja in letzter Zeit eher so gar keine Videos. Hat spezielle Gründe, die ich jetzt hier eigentlich aber auch nicht erläutern möchte. Fakt ist, ich habe einen neuen Kanal, wo es allerdings keine Gaming-Videos oder so gibt, da gibt es Real-Life-Videos. Und das, ja, ich würde mal sagen, nur, also gibt es überhaupt nichts, das hat gar nichts mehr mit Gaming zu tun. Nur noch, ich möchte versuchen, in relativ guter Qualität verschiedene Sachen umzusetzen. Ja, einfach Sachen, die mir Spaß machen, die vielleicht cool sind, irgendwelchen epischen Shit halt, also richtig gute Real-Life-Videos möchte ich da produzieren. Ähm, ja, wenn ihr Bock auf sowas habt, geht erster Link in der Beschreibung direkt abonnieren. Ähm, da kommen relativ unregelmäßig Videos, das liegt einfach daran, dass es für mich sehr schwer ist, in dem Sinne, äh, immer, ja, quasi aufwendige, solche aufwendigen Videos zu produzieren. Aber, ähm, da gibt es trotzdem hin und wieder richtig guten Shit, ähm, und ja, also auf jeden Fall abonnieren lohnt sich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auf meinem neuen Kanal. Haut da rein. Ciao.